Übriggebliebenes Kartoffelpüree ist die perfekte Basis für leckere Snacks. Probier doch mal herzhafte Kartoffeltaler. Kartoffelbrei mit geraspelten Möhren und Apfelwürfeln mischen. Aus der Masse eine Rolle formen und in Scheiben schneiden. Jeden Kartoffeltaler mit einer Scheibe Bacon umwickeln und von beiden Seiten anbraten. Die Kartoffeltaler schmecken besonders lecker mit Preiselbeer- oder Kräuterapfelweindipp. Ebenfalls eine tolle Idee für übriggebliebenen Kartoffelbrei? Kartoffelschnecken Chili con Cana. Den fertigen Brei mit Buttei und Mehl zu einem glatten Teig verarbeiten. Und zu einem Rechteck ausrollen. Hackfleisch mit Maggi, Fix & Frisch Chili con Cana zubereiten. Gouda untermischen. Die Hackfleischmasse auf dem Kartoffelbrei verteilen und die Masse aufrollen. Die gekühlte Masse in Scheiben schneiden, in Paniermehl wenden und anbraten. Dazu passt ein Joghurt Chili-Dip. Unsere Ideen für übriggebliebenen Kartoffelbrei. Probiert sie aus!